Redet die jeweils leiser? Hör ich Jannis? Nein. Du kannst einen von uns beiden muten. Richtig. Auf Torben hörst du beide, auf Jannis hörst du nur Jannis. Mute mich und hör bei Torben. Mute ich jetzt Jannis. Aber es ist halt nicht gehalten, dass du 100% Jannis die ganze Zeit hörst, ne? Jannis, sag mal was. Ja, ja. Okay, das hör ich ansatzweise. Ich hab Galaktik als hier von dir bekommen, wie Speckow. Warte, warte. Warte, warte. Ich glaub du bist der richtige, warte. Jannis 1 richtig, ne? Ja, ja. Und zu Gott? Ja, ist klar, du weißt, was jetzt bei mir steht. Du weißt, was jetzt bei mir steht. Das Ding ist temporär unawaiable. Please try again later. Nice. Ist auf jeden Fall noch eins, keine Sorge. Rito, please, ne? Probier's ja auch für den Game nochmal, Jannis. Ja. Läub! Warum funktioniert das bei dir und bei mir nicht? Ich hab wanted ma okay. Was? Also probier's nochmal. Ja, aber du kriegst, ne, nicht mehr von dir. Wir haben gesagt, wir tauschen 2. Ja, das ist wahr. So. Jetzt hat's gefühlt. Du kriegst Fnatic Janna von mir dann. Oh. Oh. Okay. So. Und... Oh. Ich liebe den Scheiß. Ah, aber ich hab... Du, so, Zwifted. Also ich hab jetzt, ich hab jetzt den Asyl-Skin. Und Haunted Maokai. Den Skin, den ich haben will von Maokai. Ja, das ist ein ganzes Maokai-Skin. Hab ich einfach mal vor... Legacy übrigens, ne? Ja, ich weiß. Es ist sogar noch so ein Skin wie... Ähm, Underwater Twisted Fate, den wird's nicht mehr geben. Äh, doch. Das sind Halloween-Skins. Ja? Ja, ja. Wounded Maokai-Underwater Twisted Fate. Das sind Halloween-Skins. Wenn die gibt's, dann kriegst die überall. Halloween. Wie lange braucht den? T, Anu, L, P. Achter, ist er. Wtf, wieso sind wir voll? Weil wir voll sind. Weil ich eigentlich... Weil ich eigentlich... Also noch bin ich nicht voll, aber das kann ich doch regeln. Eins sind nicht. So, also wollen wir einen Sonner-Skin. Und... Nein, 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 nein. Ah, der gut-clean-Sona ist der, den du auch hast. Oder hast du den? Ich hab gar keinen Sonner-Skin. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, mir ist es so herzlich zu sein. So, dann. Ich hab das ja nicht. So, dann... Wer spielt wo? Und heute spielen wir den. Stopp! 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 Nee, spiel kein Adecule! Nee, spiel kein Adecule! Das geht schief! Stopp! No, dass war super. Haha. ich spiele kein Edikel TK, supportest du mich wieder oder wie sehe ich das? Ich habe kein Skill Torsten Egal, ich habe Skill Torsten, du bist Top-Alana Bei mir hängt das grad Versuch auf einen Top-Laner umzuswitchen Versuch auf etwas anderes zu drücken Janus will mich supporten? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf Top Ich habe keine Lust auf nochmal Jungle Du bist Edikel und Flo ist Mitte Kann ich den Skin ausprobieren? Ja ich probier mal Tristana Ja ich hab ihn ja selber Ich finde der sieht gut aus Galactic Ich finde der sieht gut aus Bild dir deine Meinung Build yourself Das ist auch wie Asyl Nein, das ist nicht Ja dann brauchst du jetzt halt 5 Minuten Zum Abgehen Im Prinzip hier kennst du auch Asyl hier einen Scheißbau Ich hab Hunger Ich hab Hunger Ich hab Hunger Ein halber Jax das ist Ein halber Jax, der Pussy mäßig einfach Backjump Du war einfach nicht Flasher Oh das ist Flasher LOL 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 Was denn? Ja Wukong gegen Wukong im Jungle Thrash gegen Thrash auf der Botlane Okay Der zählt noch, er ist hier in der Mitte Nee du kriegst eine Annie Oh die haben bei mir doch gar nicht connected So ein Toplane ist ein Rice Jo, der wird zu Tore beglemmt Ich will nicht dass der sie in der Mitte Hey, weh, er verliert Botlane Ahem Also ich mein wir haben den PreMade Bonus Ja die geht da auch Haben die ja auch Nein Die sitzen bestimmt nicht in einem Raum Ja, sprich dich aus Also ich hab Rhythm, spiel ich jetzt zum zweiten Mal Mein Nachname ist Diebst Hehehe 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 Ich muss euch mal sagen Eine Art war halt, ach du Schein Was, eine was? Dings ist Platin 3 und Ich hab Hunger Gut Ich weiß nicht, die Klasse noch, dass es so gekommen ist Ich bin ein bisschen konzentrierter als so Ja So, so Das Geheimnis Ich habe Hunger. Du bist gerade vom Esstisch aufgestanden. Egal, wir zerstören die. Wir haben Skin to Win. Nein. Keine Ahnung, es interessiert mich nicht. Gekauft, ganz normal, im Shop. Äh, 27., wann war das? 27.06., Janis? Hm, 29. war der. Ich will die auch haben. 29.08. Genau, 29.08. war die im Angebot. Boah, super. Jetzt, jetzt, 29.08. oder was? 29.08. 2014. Wir haben es im zweiten 10. Guten Morgen, Thorsten. Tja, ich habe es dank Janis mitgekriegt und ich liebe den Skin. Ja, ich bin ein klein bisschen leiser, Thor. Okay, gut, ich halte im Mund. Ich stehe nicht so unter den Echos für mich. I try my best. Oh, ich, oh, ich, oh. Bei dir. Bei Janis. Ich dachte, du hast ihn gemutet. Ich bin ein mega-ebelisch aus. Ne, eh, pick. Das sieht so aus, als wäre ich, äh, ein fettes Alien-Monster. Du bist ein fettes Alien-Monster. Meine Mutter ist ein fettes Alien-Monster. Wir wollen auch wieder Rollendexus dort rübergucken, was der gegnerische Wukum drin hat. Flo, Flo. Ja, ja, ja. Der Thresh, oh, also die Jinx suckt. Von, von der Seite her. Ja, deswegen habe ich dir das aufgeschrieben, was ich geschrieben habe. Wollen wir die Lane tauschen? Nein. Ja, wir beide. Nein. Ja, willst du? Soll ich mit einer Riven gegen die Bayern-Nospic? Ja, los. Unterm Tower-Farm. Nein. Oh, Leute. Oh, ich würde mal sagen, ein Weißer ist gegen euch. Ripper-Farm hat sich gegen die beiden. Sex. Ich würde mal sagen, du hörst jetzt endlich auf vier Leute in deinem Team und gehst wieder top lane. I suck. Go back. I fail ignited in Klein-Minion. Es sind drei Leute mit den Gewissen und die kommen übrigens zu euch. Also, ich denke, eure Botlin. Pass auf, das heißt noch nicht auf. Es gibt genug Flash-Shuttle, der 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 1. Ich grine, ich grine. Ich grine, ich grine. Glaube nicht. Der Trash-Shuttle der der 1 ist, wo grünscht. Wie lange warte ich? 45? Nein. Hi. Jinx-Ling-Zion hier. Guter Hook. Und nein, das klingt jetzt nicht, das sollte jetzt irgendwie nicht so... Good Job. Yo, Jinx. Hä, war ja, war ja, war ja. Möchtest du torben? Ich wollte damit gar nichts sagen. Ich wollte einfach nur wirklich sagen, good job. Nice Hook. LOL. Rock-Ponies. Ich komme zu dir. Achtung. Jaaa. Ah, den großen hat er mir nicht weggegönnt. So viel da habt ihr. Ja, ich war unterwegs, sorry. Ich kann auch nicht schneller als mein Champion. So alles super in Ordnung, ja. Ich hab gleich ein Trayte gegen die Ending gewonnen. Die übrigens gefleischt ist. Irgendwie spielen die neue Gegner auch so scheiße. Wie gesagt, wir haben die, wir haben die, wir haben die Jinx erst mal direkt zusammengezogen. Alle torben? Ja. Ich würde mir nichts drauf einbilden, die Jinx ist vorhanden. Ich würde mir nichts drauf einbilden, die Jinx ist vorhanden, die Jinx ist vorhanden, die Jinx ist vorhanden. Ich kann nichts machen. Irgendwann. Oder zu stark. Ich hab die mal direkt aufgetroffen. Ja, ich will die eigentlich nicht fressen. Ja, ich will die eigentlich nicht fressen. Hast du ja, kannst du vielleicht versuchen, die Jinx ist vorhanden, kannst du vielleicht versuchen, die Jinx ist vorhanden. Heute? Ja, ich weiß es. Ja, das ist doch super. Okay, ich bin drin. Ja, die muss gut aufpassen. Ah, fuck. Okay, ich weiß es gut. Schön, das war jetzt echt. Danke. Ich will den Ryze klein halten. Der entwickelt sich von alleine. Wäre nett, wenn du uns helfen könntest, die Jinx klein zu halten. Nein, nein. Und da sind wir nicht sofort. Bukou. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Schade, gerade, gerade. Tristana ist nämlich wirklich richtig scheiße im unterm Tower-Fahren. Hä? Äh, ist das schon das dann? Schon immer gewesen? In den Tower-Fahren hat eigentlich jeder an den Carry-Boot. Nein. Ja, gerade. Das Tristana kann sich selber vermiesen, wenn sie zu viel mit der E-Arbeit hat. Also mit der Pass-Pass von der E-De-E. Ich weiß nicht genau, aber ich schätze mal, dass einer hier steht. Annie ist miss, aber ich kann nicht genau sagen, wie sie jetzt ist. Ja, ich hatte da keine Chance mehr dann, als du gesagt hast, lass es, bin ich rausgegangen. Ja, ich bin dann rausgegangen! Ja, du siehst ja deine HP-Leistung. Ich dachte, ich hatte ja bei Ende oben gewesen. Dann hätte ich mich irgendwie verantwortlich gefühlt, wenn du gestorben wärst. Oh, die sind beide schon Level 6. Jinx-Uld kommt drauf. Kann ich den Blue nehmen? Oder brauchst du dir selber? Ich werde momentan belagert. Jinx-Uld kommt immer noch drauf. Ist gerade verfehlt, glaube ich. Ja, Azir, willst du den Blue haben? Wenn du ihn nehmen möchtest, dann nimm ihn. Ich brauch ihn nicht. Kann ich schaden. Das ist die XP. Okay. Ich nehme 6 und dann gehe ich direkt mal aufgehen. Ähm. Ich rechtsklicke, dass Minion und Tristana läuft dahin. Das ist doch unglaublich. Anfalllieferköl. Gleich, äh, Threshlantern. Macht da. Sie haben den Griff, das ist viel zu offen, glaube ich. Nice. Alle hier kurz. Nein, nein, nein. Ist hier unten ein Mord drin? Nicht, dass ich höre, warte, warte. Nein, nein. Kann ich einfach weiterfahren? Ja, eben kann ich weg, oder sechlafen. Fahren einfach noch ein bisschen weiter, weiter. Weil das Vukong sustennt so schnell im Jungle. Weiß hat übrigens wieder Telekom überlegen. Was ist los, Pop? Was ist los, Pop? Wo kommt, Pop? Wo kommt, Pop? Wo kommt, Pop? Wo kommt Mitte? Wo kommt Mitte? Wo kommt Mitte? Ich bin tot. Wenn du weh hast, dann jetzt. Ich komm hier vorderrum. Fuck off. Warrtet jetzt. Ich fange nicht von dem Tisch rum. Egal, ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Das hab ich misplayed. Entschuldigung. Da hätte ich viel früher Ulti zünden müssen. Fuck off. Schade, gerade. Alter, war das gerade ein Kampf. Das war der falsche Krieg. Ich sollte nicht LoL spielen und VOT patchen. Ich hab die falschen Sitz. Ich bin jetzt konkret oder zu zweit. Gut. Torben, push wie der letzte, push wie der letzte. Push, Torben, push. Von dem Arlen. Oh, die haben fetten magischen Schaden. Und da können wir nichts machen. Oh, der Sand sieht ja noch cooler aus. Sonst haben wir das. Leck mich. Die rotieren uns hier zu Tode. Das gefällt mir nicht. Aber, Flo, ne? Ja. Wenn wir hier oben sind, dann musst du gleich nach oben. Jawohl. Habe ich noch eine Frage. Ich war oben. Aber was hätte ich dann noch machen sollen? Ich bin oben gestorben. Das erste. Ich bin, ich war oben. Ja. Ja, ganz vorhin, als das Ganze angefangen hat, war ich oben. Was bin ich so ganz? Ich bin gestorben. Ich bin dauernd noch. Ja, ich hab jetzt. Was bist du geworden? Ich so, Torben, Felix, schaff das das eigene Stück. Und das war auch der letzte. Nächste Station Gold, Felix. Ja. Was hast du mit der Annie gemacht? Nix. Ich hab nicht mit der Annie gemacht. Ich bin erst zweimal gegen Annie gestorben. Du kommen kannst du als Nächste. Naja, sie steht aber 5-3. Ja, wenn ich nur zweimal gegen sie gestorben habe, in Mathe, muss die drei Kills von irgendetwas anderes bekommen haben. Einmal haben wir auf den Kopf. Und ich bin eben gerade zum zweiten Mal erst gestorben, da konnte sie nicht weggehen. Wie gesagt, vor uns einmal haben wir gestorben, auch noch gar nicht. Ja. Ich glaube, ich bin an Annie gestorben, aber dadurch auch immer Kills erhöht. Genau. 35 bis unten. 10 bis unten. Zuflix, ich hab's doch gesagt, dass du's alleine kannst. Und ich behalte an meiner, der Janzen behalte an meiner alten Einordnung. Die alleine. Ich, äh, ich schränke deine eine alte Einordnung ein. Wohin denn? Bis ich die Liga erreichen, wo sich Motivation zum Solo-Klumpen. Ja, ich sag, was man erreichen könnte, wo man drin spielen könnte. Das meine ich. Nimm ich mal, ich sag nicht, dass man sofort erreichen muss. Pass auf, ich bin da, da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ich hab gerade gemerkt, ich hab Kudeln auf meiner Ebene. Ich hab kurz den Berggrund. Weiß man auch nicht. Ich bin weg, ich bin da, aber, au, au, au. Leck mich doch. Wow. Tuck, tuck. Also du, wenn da eine 5er auf Inland gibt, dann musst du doch sofort hingehen, naja? Ja, das ist ja auch. Grape, meinst du im Geleihbein? Und, äh, ich hab keinen Mana, ich kann dir kein bisschen helfen. Ah. Okay. Was ich nicht so recht verstehe, warum man auf Asir kein Kelch baut. Das ist wesentlich effektiver. Äh, weil es gar nicht so richtig ist. Ich hab das, ich hab das, ähm, ich hab am Anfang auch mal ein wenig gebaut. Fand ich auch am Anfang besser, aber es ist irgendwie auf Dauer zu nützen. Welche zwei, äh, welche zwei CDR-Alten-Fausdruck? Ähm, ähm, Morello. Ah, ja, ich weiß schon. Und, äh, Dings hier. Und, nach Natchos. Genau. Was? Natürlich. Ich hab'm Hyping übrigens. Besonders. Ich bin grad nicht dabei. Ich bin Hyping. Oh. Einblick. Ich bin, ich bin Hyping. Mein Bruder downloadet grad etwas. Wie gesagt, mein Bruder downloadet was. Ich seh'n nichts. Ich seh'n nur, dass ich grad durch unsere Base-Lauf hab. Ich hab'n nicht so gerecht. 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 Jetzt geht's. Das hier, dass ihr, dass ihr erst immer alles so mit euren guten Internetleitungen, äh, von unseren guten Internetleitungen schwärmt. Aber man aber später immer erst merkt so, ja, wenn der... Was kann ich dafür an meinem Bruder gleichzeitig bei Steam, Origin, bei irgendwelchen anderen Scheiß-Onlinediensten gleichzeitig was downloadet und dann auch gleichzeitig zockt. Was kann ich da? Gar nichts. Ich sag' ich doch auch gar nichts gegen... Hau, hau, hau. Ja. Meine Leib sind weg. Ich... Oh. Das stimmt. Du hast auch kein Arschloch, Bruder, der so viel, äh, Internet zieht. Deine komplexe Familie inklusive hierher. Doch. Er hat gerade mich, Arschloch, der richtig viel im Internet saugt und der Slack tatsächlich nicht. Torgum, ich zieh mehr. Ja. Felix hat das miterlebt, als unsere Leitung noch die Probleme hatte, mit anderen Leitungen zu kollodieren, ja? Und es ist jetzt nicht besser geworden. Es ist seltener geworden, ja, aber es ist nicht besser geworden. Kriegst du auch mal so die Paras, wenn da steht... Also nicht, wenn da steht, sondern wenn ihr hört, äh, A turret has to go on. Ich hab' Black. Das ist ganz scheiße. Black. Fuck. Ja, das verdammt. Warum schießt die weg? Weil ich schlecht bin, Entschuldigung. Ach, der kann nicht damit finish. Nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Tick, tick, da, 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 da. Dort. Woa. Schreibe dann, schreibe dann echt, ich würde sagen, ich würde nicht mehr sagen. Boah Och man ey, dabei hat der Ryze echt seinen Schasun gesungen. Ich hab meinen Olli halt stark verkackt. Boah, wieso, wieso muss denn der, wieso muss denn der, wenn ich reinspringe gleich Ulti zünden? Das ist doch nicht schön. Boah, ich hab noch nicht mehr. Ich hab den auch nicht ausgesaugt. Danke. Wie, wie das denn? Ich hab ihn in den Farmblazer gezogen. Nice, da wollte ich ihn eigentlich mit meiner Ulti reinschießen. Mann! Mann! Flo hat grad richtig scheiß Internet. Kannst du mir mal bitte die Cola rübergeben? Ja? Kannst du mir mal bitte die Chips rübergeben? Hm, fast. Hey, ich bin dann jetzt wieder mit der Weindeutung unterwegs. NOOOOOO, LENARD! Hey, LENARD! Hey, LENARD! Wie heißt das, das ist LENARD? Okay, tschüss. Ciao. LENARD heißt nicht mehr LENARD, LENARD ist das LENARD. Nein, der ist LENARD! Nein, der ist LENARD! Nein, der ist LENARD! Weil er den Namen zu tolltet. So! Ja. Hast du deinen Bruder jetzt erst mal rektal gefickt? Nö, ich hab mich als priorisierte Laden gestellt. Nö, ich hab mich als priorisierte Laden gestellt. SOLSTER GAUER 在你 Einen 飾 étaient FELIX FELIX kenn Tort出来 Nein, ich hab literature Sh고요 joue Wie ist das? FELIX Porgot Ich habe catt操at famk Soll ich nur sagen, wen ich in meiner Division habe? Zwei, drei Divisionen über mir sind Forten, Du und Substanz Und Dann habe ich noch einen Komischen Random Und Nico Wir sind alle in Swain's Emeralds Ich sehe gerade den Nachteil Mein langen Passwort Welcher bist du? Bist du Silber 5? Ja Was? Ich habe die Lock-In-Q geskippt, Torben Hallo Torben Ja, Hi Hey Felix Entschuldigt mir noch ein Mystery Felix Felix Wie viele Riot Points hast du? Er hat nicht nur Kummer ein Mystery Felix Torben, wie viele Riot Points hast du? 340 Felix holt dir Riot Points Beim Mystery Gifts Felix 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 Ich habe mit Yannis Mit Yannis Riot Ich habe in Ordnung Skins bekommen und er hat einfach Hammer Skins bekommen Felix Ich habe von Yannis ein Permissory Gift, Galactic Azir und Haunted Maokai gekriegt Ich habe Skins bekommen, die in Ordnung sind und er hat einfach die mega geilen Skins bekommen von mir Es ist immer noch nicht der Skin dabei, den ich eigentlich haben möchte Ja Und die Suche wird ewig weiter gehen Nach einem Skins Nach einem Skins Ich habe Ich habe einen Sona-Skin und eine Dingen-Skin Ich habe einen Sona-Skin und eine Dingen-Skin Das war jetzt mal eine Sona-Oma-No Ich habe gedacht back Compet� Ich habe mit Yannis ein Sona-Skin bekommen Ja Ich habe mit Yannis拿 und eine Sona-Skin bekommen Und Leid romant Fnatic Janna ist immer noch besser als der Default, wenn wir meinen, ne? Kein so geiler Skin für Janna, aber immer noch besser als der Default. Weil den Default mag, mag ich nicht. Ja, ich hab mein Ding. Und... Ey du, ich bin auf Full-Up hier. Du bist auf den Weg und am Ende der Torben. Also, Eiffel. Hallo, Freunde? Warum ist der Ski-Ski-Ski-Ski? Hallo, Ski-Ski-Ski. Thorsten? Ja, was ist? Wie geht's? Was ist mit Torben, Jannis? Er ist da. Torben, nimmst du an? Ich gucke gerade, was es für Skins gibt. Für 975. Warum nicht? Warum nicht? Was? Pass auf, pass auf, wenn ich tryharden würde. Wenn ich... Felix, normales tryhard oder ultra tryhard? Flo, kannst du AP-Wau-Kai-Top spielen? Ja, klar. Ich hab' immer wieder Lust auf Meta-Mittel. Du hast'n AD Carry gepickt! Du gehst AD Carry! By my will! This shall be finished! Ja, natürlich nicht ADC. So, ich spiel... Forter. Ey, Felix! Ein normales tryhard sieht so bei mir aus. Entweder der Champion hier... Obwohl, Flo? Willst du Mitte? Ich? Ja. Nein, ich spiel's mal auf der Top-Man. Schade, dann muss ich wohl 2-Greff Mitte spielen. Ja, okay, dann kann ich auch tauschen. Ja, wir haben das Halbwau-Krank. Ja, wir haben das Halbwau-Krank. Ja, geht nicht los. Ey, Felix! Felix, meine normalen tryhards. AP Niederlehm, Midlane. Six. Und Zünder. Es gibt nur einen einzigen Champion, der überall entsteht. Da-da! Hey, wo? Dom, du bist falsch. Äh, hier. TK, du bist falsch. TK, TK. Das ist doch egal, was du das System nimmst. Kannst du mal anaufmachen? Ich glaube nicht. Jo. Thorsten. Sollen wir? Torben. Gib ihm meine Nummer 1, ok? ARAM! 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 Warte, wir gehen jetzt hier einfach nur alle auf... Wir gehen jetzt alle erst noch mit an, aber wir gehen jetzt auf uns genau weiße Position. Ja, natürlich! Robin? Legit! Alter! Chris! Also... Thank you! Janis? Ja? Blöko! Sure! Hey Felix, du weißt, was das das Bitterste ist? Ich finde, ähm... Ari zu spielen und Gegner zu klatschen so langweilig, dass ich selbst im Ranked Ari selten spiele. Das ist wirklich nur da, wo ich sage, ja, wir müssen jetzt unbedingt gewinnen. So eine Milliarde Prozent, weil ich meine Promo gewinnen will. Oder weil ihr unbedingt unsere Promo gewinnen will. Dann kommt Ari. Ansonsten nicht. Ernsthaft? Der 90 Prozent Win Rate, äh, auf allem, also die Lane Win Rate. Ich hab 90 Prozent meine Lane in Midlane gewonnen. Für Abi. Warum hast du mir die beiden Dinge schicken? Nein! Er hat den Skin verfailt. Was? Der Skin verfailt. Ich hab keinen Sinn. Oh! Janis? Ja? Guck mal, gegnerischer Jungler. Ich weiß, ich überlege gerade, was für ein Choke-Token ich mir hole. Vielleicht kann ich doch keinen Missfiegel gegeben. Sollen wir versuchen, ihn klein zu lassen und dich zu feeden? Also, feeden? Ich weiß nicht, er ist ein kleines Target. Hm? Ich weiß nicht, er ist ein kleines Target. Ich weiß nicht, er ist ein kleines Target. Hm? Oder mach' man nicht für Showgap dasselbe. Ich sehe das. Nein, nein, Showgap ist ein Legacy Skin und das ist einfach nur ein blauer Target. Ja, das ist richtig. Ja, alright. Ey Felix. Felix, ich bin inzwischen so dick. Guck mal, wenn ich da mal... Oh ja, ich glaube, ich weiß welchen Choke-Token ich mir hole. Hm? Ich glaube, ich weiß welchen Choke-Token ich mir hole. Welcher ist das? Ach, der! Der sieht aber erst auf Level 6 geil aus. Die, ancient creature. Oh ne, ich hab Katharina in der Mitte. Fällt dir ja früh auf. Felix? Das ist so... Das ist so... Felix? Das ist jetzt... Nur dass die CS packen, also ich weiß doch. Felix? Ja? Ich hole mal den DIE ANCIENT CREATURE, Chokev Skin. Ich hab grad... Ich hab den Hard Counter zu Katharina gefunden. Ja, das ist aber Koffer, es geht. It's an 80, mao. Es gibt auch ein Äquivalent auf Chokev dazu, Felix. Nein, die haben zu tun, sie dann coolen. Den werde ich dann hier holen, weil der cool aussieht. Aber stimmt, wenn sie dich ulten will, dann machst du einfach Q. Wenn sie dich ulten, du machst einfach D! Machst du einfach D! Machst du einfach D! Nein, nein, funktioniert nicht. Nur Q. W ist ein Rude. Das bringt nichts. Ja, aber du kannst, äh... Vielleicht ganz schnell WQ. Wenn du zu weit weg bist. Der tumble ziemlich lange. Du frisst die Hälfte der Ulti, bevor du Q raus bist, wenn du wehst. Oh, er hat die Shade Mastery. Ich hab die Invaden. Ja, die Invaden. Boink! 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 Hohohohohoho! Meine Güte, macht die Wind Damage bei dir schon! Ha! 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 Haben wir eigentlich Schaden gefressen? Ha! Ha! Fuck! Nichts, I'm going home! Ha! Ich glaube ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich schien mir in jedem Fall noch, Nils. Nimmst du das gleichzeitig auf, Janis? Oder müssen wir das von Twitch downloaden? Muss ich gleich mal gucken, aber theoretisch müssten die Dateien auf einem PC gespeichert werden. Aber als eine hart lange Datei, by the way. Okay. Du weißt, wie ich die Politik zum Schneiden vertrete. Okay, okay, okay. Who the hell cares? Wie hat ihr euch da in der Mitte bewegt, ey? Ich bin fast am Gegner-Tower. What the fuck, Janis? Ja? Level 1 Straits FTV! Der Rukum hat keine Summoners mehr. Ich hab keinen Flash mehr. Ich wasche jetzt Blue und komm dich besuchen. Aber Ver-Stirb jetzt nicht. Den kriegst du nicht. Go Minions! Go Minions, was? Go Minions! Hast du eine Ahnung, wo der Back geht? Im dritten Busch. Rück Job! Ich hab sogar noch eine Ahnung. Ich hoffe, das reichte dir jetzt. Ja, alles gut. Ich hab erst mal seinen Eklem rausgehauen und dann... Eigentlich hatte ich vor, nicht zu flashen, aber dann musste ich flashen, weil er seine Eklem rausgehauen hat. Ja. Ja, das war echt nice. Und Torben, er hat mit Kuh gestartet auf Level 1 und ich hab einfach Spikes auf ihn geworfen. Mein Problem ist, ich kann jetzt nur... Ich geh wieder mit dem Mord. So wie gut ich soll auch noch rumgehen. Durch. Der Jungler reinschneiden ist unser... Unser Schlaupt. Okay. Alles. Befeich, der Abstand. Was? Schau, ganz bremschneiden. Der, noch vor, ich weiß, dass du's weißt. Das war eine Ansage für den Rest des Teams. Hättest du gar nicht, dass ich jetzt hier raufgesprungen? Ich glaub, die Heilung nicht mehr rausgehauen. Ich glaub, das war ja nicht so. Ach so. Ich glaub, ich möchte ja mit rechts hören. Oh, wie ist der Typ mit Kuh zu sehen? Soll doch mal so bravieren. Ja, klar. Offensichtlich. Du gehst denn jetzt fort, rufel da, na gut. Aber der, du schickst uns eigentlich kaum was, ne? Wenn da Jungler kommt, kann man eigentlich noch kaum reagieren, wenn ich damit... Äh, Flo, ich geh jetzt mal dich ganken. Okay. Aber ich... Also ich steh jetzt die Kuh als erstes hoch, ne? Ich steh fliegen hier. Ich hab... Warte. Warte, da ist ein Show, das... Show, Gath, Bot. Was will er machen? Wir können engagen. Ja, was will er machen? Ja, sie hat keinen Flash mehr. Oh. Der stirbt. Nice. Komm, es wird ein Double Kill. Ey, was denkt ihr? Eher Tier oder eher... Äh, äh, Chubbis? Ja, ich komm, ich komm. Ja, ich komm. Oh, blitz. Feuer. Ich kann jetzt jetzt aber nicht gehen. Bade. Ey, jetzt klingt das, glaube ich. Schade. Der war hier mal dran, der Gute. Kata ist, äh, 6 und miss. Ja, ist auch ein CP. Kata ist, äh, weg. Was? Sie geht weg. Ist, ist nichts. Nichts gegen ein... Nichts gegen einen Baum. Der Baum ist zu stark. Wann? Wann? Wann haben wir einen? Wann haben wir einen? Wann haben wir einen? Nee, wann? Nee, wann. Ist Fiddle Sticks ein Main von dir? Hm. Aber ich weiß nicht. Aber er hat... Put... Surprise! Put 6! So! Wann? 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 Ich geh jetzt... Du bist doch da. Wann? Nein, geh nicht rum! Wann? Wann geht Wann, DK? Wann? Ja, chill! Wann? Wär jetzt einfach reingegangen, und sie kapiert, und woher ist die Reste immer? Also, selbst wenn ich gestorben wäre, Wraith, ist sie, denke ich, schon gekommen. Ob es mir dabei eigentlich eher gegangen wäre, dass sie die XP da nicht bekommt, bei Wraith. Katamiss! Hyping! Oh, wirklich! 6! Mh... Maoka, ich vermute, du brauchst Blubuff, oder? Ja, Maoka, ist ja auch ein Nice-Send. Äh, Cho'Gath, Midlane! Erstmal brauche ich jemanden, der mein Bruder tötet. Na, kann ich noch wissen. Ich freundlich, der ein Bruder bringt. Okay? Okay, ich kann damit weggehen und... Was? Also, du kommst morgen ruhig, Felix. Was? Nice. So, ja, auch. Wir kommen noch jemand nicht da. Oh, ich komm Midlane. Torben war müde, und musste noch fahren haben. Komm, den Cho'Gath klatschen wir. Torben ist... Wollen wir gleich zu meinem Blubuff rotieren, zu deinem Blubuff rotieren? Ja, solltet ihr, weil Torben ist Mist und ich kann nicht sagen, ob alles überlegt wird. Da ist Wukong. Los, kollapsen! Oh, der Cutter-Mess. Also, was ich noch rufen müsste, wäre echt mal die Linse rufen. Los, bin ich jetzt. Fuck, bin ich jetzt. Nein! Schade. Der Flash kam zu spät. Der Flash kam zu spät. Naja. Wo geht's noch Blubuff? Aber ganz im Ernst, die Cutter, ja. Meine, meine ultrageilen Mega-Pro-Skills sind auf Marokai richtig kacke. Ich kann zwar flashen, wehen, aber es fühlt sich so an, als würde ich flashen. Hätte ich jetzt da einen Blubuff sind, ja. Ich hab's nicht eingetraut. Flo! Flo! Push kurz die Lane raus. Ich hab's noch mal gesehen, wie ich den Blubuff 1V2-Table mit dir aus. Mit meiner grandiosen Ulti. Schau dir aus, der fucking Ulti. Das habe ich gerade im Tag geworfen, der kann mit meiner Daumen reden, wenn er weiß warum. Inge Vega. Braucht die Bommer was zum Heilen, man. Ich lasse nochmal den einlegen. Wir können Midlane wieder Plays machen. Bereit? Ja. Immer bereit. Schade, jetzt hätte ich die Lantern bereit haben sollen. Gut. Gut. Gut 6. Good job! Gut. 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 Chobot, 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 Chobot. Ich komme dazu. Ich finde dich von der Annahme, dass Maok kein All-In-Burster ist, wenn er auf Maok gespielt wird. Egal, dass da jetzt nicht fighten darf. Ne, ne, versucht, fightet da nicht. Farmt ihr mal. Fuck, da gibt es auch wieder irgendwo ein Pinkboard stehen da. Ne, eigentlich nicht. Ich glaube, das wird noch eine Bedeutung. Oh, fuck, ich habe keine Wards hier. Oh, shit. Böse Minions, böse Minions. Ich habe zwar keine Ulti, aber wir könnten top mal was machen. Bleib im Busch, bleib im Busch, bleib im Busch. Er will immer meinen Pinkboard haben. Du musst nur im Busch auf ihn warten. Und jetzt hast du nicht zu früh gezeigt, ich habe dich gesehen, Pinkboard. Na gut. Eigentlich musst du nur in dem Schild-Bush auf ihn warten, aber in dem Pinkboard-Bush. Weil der will dauerhaft meinen Pinkboard haben. Gut. Ja, das ist der Beta des Todes. Ach, Cho'Gash ist wieder? Cho'Gath ist Bot-Lane. Top-Lane, 1.2. Top-Lane ist wieder in der Mitte. Huwag zieht gerade wieder in der Mitte. Iiii! 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 wie bitte? wie viel Geld ich hab? äh was für 1 Kilo der Job kommt jetzt, der Job kommt easy will der Chilgar echt aufs Maul? drauf da drauf da drauf da Kata von hinter euch, achtet da drauf na geh mal weg der hat geflasht wir haben Kata von uns wo ist er hingeschränkt? anderen beiden kommen auf die sorry na nicht schlimm hier wo sind die? ja die oh da ist ein Schogger und auf die Schogger ist wirklich und auf Quyn na ja Quyn ist wirklich gefährlich in der Sekunde na Quyn und good job easy und bewegt euch gleich mal in wartet bleibt noch da oder? Drake 3 000 Gold ich geh jetzt weg ich bin auch ok dann kein Drake obwohl doch Drake ich hätte halt ey die so- die Fights die nehmen die richtig schlecht ja du solltest dir nichts drauf einbilden wir spielen Team Builder ja wir spielen Team Builder und ich spiel zum ersten Mal Maokai in Team Builder das heißt Flush! Flush! ja aber die spielen doch auch komm Decken Decken! mach uns ich hab ihn gerade Flash gerötet Cutter Mist ah fuck Cutter Toplane Lulu Toplane alle Toplane ich bin tot mach was draus push bot as fuck ach der soll denn schon uppushen nie ganz nur ernst haben die mehr AP oder mehr AP mehr AP mehr AP schaugeit AP in Katerina AP Lulu AP und AP ich bin AP kein ESPN der AP der AP doch na nein jetzt recht ist das legst du ich kann die Cutter 1Shot Mannschatz! Ich hab erst eine Kissikon hier. Also passen Sie zu noch. Die hat schon Angst vor dir. Willst du Blue-Buff? Ja. Aber was auch bei der Blue-Buff. Solange ich keine Cs habe, so... Ja, so all-in können wir eh nicht... Felix, steh hier im Ward rein und lass sie pushen. Damit? Hab kein Ward. Ja, dann funktioniert sie jetzt nicht mehr, obwohl doch jetzt kann es funktionieren. Lass sie pushen, lass sie pushen, pushen. Sie müssen mindestens hier stehen, vorher kann ich noch rein finden. Ich kriege jetzt mal einen. Gerne. Lass mich pushen. Ich hoffe nicht. Lassen eigentlich nicht mal einen Lassen. Doch, doch. Einen Lassen. Okay, go. Jogeth kommt auch Bord. Lass drauf dann. Ich werde sie in die Richtung fliegen, weil ich schneide sie ab. Ach komm. Ich hab den Hut noch abgefahren. Ey, unsere Tristana ist gut. Mach was. Ich kriege eigentlich noch Hilfe hier? Ich kriege schon... Wukong noch Flash? Hier geht rauf. Kannst du tanken? Ich kann ja ein bisschen tanken. Ich hab nochmal gepeat bekommen. Ich kriege jetzt noch einen. Ich kriege jetzt noch einen. Ich kriege jetzt noch einen. Kata kommt. Ey. Kata kommt, dann kommst du auch. Ja, Kata. Das ist safe, gut. Komm, wir haben einen. Wie lange. Oh, wie schön. Boah, der weg ist. Ey, Schauke. Ah, die haben da einen Walsh. Ja. Den hat sich halt ja reingetaktiviert. Oh. Loin! What? Ey. Ich hab ihn auszusehen. Er ist dann in Schock die Zunge raus. Ich hab ihn gesnaret auf der Stelle. Florech, Florech, Mann. Ein wenig. Dann reinglassen. Lass mal in die Mitte pushen. Muss man ein bisschen fiesigen. Ich hab vorne, wenn ich das wäre. Nein! Meine W. Verdammt. Sorry. Morgen. Ja. Just. Ja auch schon, ne. Mit deiner E, da. Komm bitte. Der Wukong war so klein. Wie konnte ich dich töten? Ja, ich hab das totally missplayed. Ja, das ist alles nicht. Okay. Ja, laut doch. Jetzt schon mal die Ulti raus. Ich hab das. 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 Hallo, Tyrion. Hey, da kommt keiner. Keiner. Ja, stimmt. Da kommt keiner. Ja, stimmt. Hey, Kwin. Kwin ist da. Wenn die da jetzt reingeht. Na, okay. Und T-T numerator. Oh, hallo. Und epic mess. Ja, ich komm mal rein. Wo ist die blöde Cutter? Hinter euch. Cutter, kein Flash. Cutter nur live. Wampasch. Joke. Ah. FG-Problem. Ich hab schon EQ benutzt. Bist du da? Ja. Also das Gute ist, ich hab mein Hourglass hier. Das heißt, ich kann auch jetzt mal Tower mit meiner Ulti rein und den Hourglass anmachen. Okay. Komm. Wir werden jetzt eine Swag-Frage nach hinten werfen müssen. Wir hoffen, dass der Gegner exekutet wird. Oh no. Ich weiß, aber wir werden das exekutieren. Fahr noch ein bisschen. Max top. Oh. Ganz ganz toll. Das ist noch ein kleiner Wukong irgendwo? Owning around. So, ich hab sie gedingst hier. Ist tot. Heiß. Er hat sogar noch gewartet mit der Ege. Und... Kriegt ihr den Wukong da geinterceptet? Doch. Jo. Hat der... Hat sich sogar sogar zu bestätigen und davon getötet? Nein, wir haben doch noch gewartet mit dem Glück. Wohh, wohh, wohh. Wohh, wohh, wohh. Wohh, wohh, wohh. Wohh, wohh, wohh. Wohh, wohh. Wohh, wohh. Ja. Der hat f**king 6 Stecks, der muss sterben ja so langsam da einer. Keine 20er. Ich bin jetzt echt mit so einem scheiß Ding reinge. Bad. Nice run. Ja, push dir mal. Ich kann ja mittlerweile wahrscheinlich für Action. Was denn? Er versucht zu tryharden. In einem f**king normalen Game. Warte! Nein! Die haben alle geflasht! Ich mach es weg. Ha ha ha! Das ist doch! Hallo, wie vor uns? Felix? Wir machen jetzt einenefwatt. Okay. Wir brauchen nylez vorher. Wir treffen uns in der Mitte. Wir treffen uns jetzt, weil sie das kommt in der Pomp. Warte auf! Warte auf! Warte auf, ihr seid jetzt! Das ging slow. Hör auf mich! Und DK ist tot! Ja, was ist das mal? Janis, ich bin da. Auf wen? Auf Quinn, Quinn. Auf Quinn, Quinn fokussend. Vor allem, ich bin zu schlau nicht. Hallo! Dummes klingt danach auf Lulu. Alles gut, wir haben ruhig geburnt und ein Flash. Ich bin stolz auf uns. Ah nein, warum ist tot gefallen? Warte auf mich, wir sind das Death Squad, wir müssen auf mich warten. Warte auf mich. Warum, wir sind gut. Mein Copland fangen, geh nach Hause. Ja, ich will hier nur die Golems. Ich sag, ich mein das zu viel. Ich will Geld. Ja, dann geh weg. Ja, dann geh weg. Ich geh weg. Oh, Flo, jetzt kommt. Ich geh weg. Mensch, jetzt kommt. By the way, äh, Flo, du weißt, du kannst dir den Blue jederzeit selber abholen. Mittlerweile kriegste den ja. Ich geh weg. Ahhhh. Ich geh weg. Ich geh weg. Dein Blue warf. Flo, da hab ich Blue. So. Hey komm, lass mal gucken, ob ich deren Blue warf hab is. Nein. Geil, so. Wir haben es. Darüber drüber. Weißt du nicht. Was ist das? Good job. Laska bitte einen Minion. Ich muss einen Minion Auto attacken. Danke. Warte, ich höre hier. Für auch noch einen Minion, das ist der nächste Weg. Warte, warte. Sehr wenig, sagst du. Reicht nicht auch ein Auto attack auf uns rein? Ja, aber Tower reicht nicht. Da ist sie doch. Machst du eine B-Code und dann kannst du die Auto attacken. Dann gehst du zurück. Ja, mach, dann geh ich zurück. Das war eine dumme Idee. Tschüss. Warum höre ich überhaupt noch auf ihn? Cut. Das hab ich nicht spät. Please. Aber ich bin unterwegs. Unterwegs. Ich vermute, also ich glaub irgendwie, ich hau wieder ab. Warte, ich hatte Ignite. War man gerufen? Ich muss mal reingehen. TK, du musst da sein, wenn da vier Leute Botlane sind. Und drehe ich direkt ein von dir. Direkt so. Das kann nicht sein. Leute. Leute, wir haben erst einen Tower verloren. Ja. Glaubst du, wir nehmen das Loch ernst? Kommst. Glaubst du, wir teilen uns? Das ist ja nicht weiter. Da kann ich ab. Ich geh mal, die haben drei. Torben. Torben wird tauchen. Nimm dir. Ey, der Penner hat jetzt meinung... Mögst du ihm? Doch! Nimm gerne. Tschüss. Leute, ich brauch wieder Minions. Ich brauch Hilfe. ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da ja das ist mein pinkwort felix den habe ich mit meinem leben verteidigt und meistens dann wo kommt sein leben gegeben sie sind mit einem leben und darunter ja das kommt hier sind schon ab Kiehlz Kiehlz Demacia Guckt euch mal die Cressana an Macht da alles Mitnutzskill Hahahaha Hahahaha Wormann FENTA HOOOOOOUN Dann ist es nicht halt die beide jederzeit snacken Ja Nimm das als Einführungsgeschenk zu Silva 2 Ey Cressa FENTA BES FENTA Aaahh FF Oh RECT 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 Ehh TK ist down Rack, Rack. den alleine hin habe ich schon das benutze ich doch hier haben wir es nicht weiter hier hat es 30 ein reißen nun Nö. Hey, die Quinn braucht kein One-Shop-Build, die ist voll losig. Komm, Quinn. Bang, bang. Ey, ihr seid so schlecht. Ey, ihr seid so schlecht. Sag der richtige GK. Wieso hat die eigentlich immer Ulti? Wieso hat die immer Ulti? Hinter uns ist ein Cho'Geth. Hinter uns ist ein Cho'Geth. Oh, 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 der stirbt. Das ist nicht der richtige. Mal gucken, komm. 13 Sekunden für dieses Wait-White-Gehl. Wait. Bescheiße, ob wir uns das kennen. Wo ich komm? Nein, ich will's fiesten, Felix. Geht's mit höher? Komm, die Kronen back. Ey, was heißt Pussy auf Englisch? Möchte mir das mal übersetzen? Pussy. Pussy. I know. Boah. Und... Halt dich bei ihm wieder. Halt dich. Boah. Nein. Boah, Mann. Ja? Du bist so niedlich klein. Ach, weißt du was? Swag, 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 Swag. Ey, Leute. Waitet sie bitte. Ich kratze. Janis, wir können die fast engagen. Waitet sie. Komm, waitet sie. Ja, genau. Fokus mich, Mädels. Beste Idee. Auf, auf, äh, 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 Dings da. Pass auf, auf, Kata auch. Auf, Kata. Ja. Nom, nom, nom. Komm, natürlich. Ich nehme, als ich nicht gebet war, alles. Ich bin sehr erst. Nom, nom, nom. Janis. Fokus den Baum. Nobody's to take you. Fokus den Baum. Ja. Ja. Du machst Brett. Find ich unschön, aber, okay. Felix? Du machst Brett. Ich gehe weg, ich treffe unseren Baronet. Ist ja geil. Was? Ich kann das scheiß Spiel auch. Felix, warte auf mich. Nein, Janis ist mein Tank. Warte auf, ich bin tankierer als Janis. Janis ist mein Tank. Ich hab erst, ich hab in 20 Sekunden Smite. Nur so. Ich bin nur, ich bin nur da für den Secure. Da bin ich kein Fakt drauf. Bei Felix kannst du mir in den Wadda einlesen. Ja? TK auch. Ich mach nichts. Wollt ihr Baronet verbreiten? Ah! Ah! Du hast recht nicht verbreiten, Felix! Du hast Baronet. Jetzt hat er Baron! Danke. Juppie, ihr habt mich reingeschaut. Ja, das war der Plan Florian. Weißt du es nicht? Ich bin jetzt sehr, sehr mad auf dich Felix. Kein Rant, Alter. Da muss doch eigentlich viel mehr... Du geh mal hinter dir steht, Alter. Du geh mal hinter dir. Du geh mal hinter dir, Alter. Du geh mal hinter dir statt. Ja, hinter mich stehst du an der SC. Und an der SC. Dann soll dich weg und weg gehen. Da ist wohl vor mir zu übermacht. Hallo, der war wertet. Und ich verteidige den schon. Ja. Lass dich ihren Spaß haben. Da ist wohl 80 Sekunden. Das war's kaputt zu machen. LOL, das hab ich verstanden. Das sie töten, aber klingt nicht mehr. Da bin ich mein Hourglass. So geht das nicht. Der Support muss immer am Leben bleiben. Sonst kann er seinen Carry nicht schützen. Der Support muss als erstes sterben. Felix, hör auf meinen Spaß zu verlieren. Geh Botlane. Ja los, hier. Leute. Ihr müsst Botlane noch durchpushen. Doch. Ihr lasst die Rhenians das machen. Ich weiß nicht, was wir machen, wenn die Rhenians in deren Base sind, aber... Boog. Ich hätte mir Farrell Flare bauen sollen. Ich bin nur noch LFK-Jungle. Ich bin nur noch LFK-Jungle. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. F***. Transmog your shit. Trancemog your shit. Ja. Trancemog your shit. Trancemog your shit. Sie hat mich gekämpft. TK mach mal Drake. TK mach Drake. TK mach Drake. Du machst jetzt Drake TK. Okay. Ich bin da. Ich bin da. Ich kann mich da nicht hin. Show mir jetzt Drake. Leute. Komm an. F-Squad. 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 Blazer und D Wesker. F-Squad. F-Squad. Das ist mein Gedanke mit dem Weg. Sonst kann ich nicht schlafen. Sonst kann ich nicht wieder schlafen. Ich hab den großen Damage gemacht, der alle bevor. Guck, komm, das passiert, wenn wir gänzlich ernst nehmen. Wir gewinnen. Also beim Damage Stealth bin ich am meisten, aber das liegt daran, I've got smite. Damage Stealth zu Champions, bist du auch schon ganz vorne? Ich will Damage, ich habe wenigstens mehr als das Popper gemacht. Mhhh, unwesentlich. Ja, ich bin besser. 4k sind nicht so unwesentlich top. Ich hätte jetzt gedacht, okay, Damage tanken. Ich habe meine Aufgabe als Tank nicht erfüllt. Unser AP-Carrie, unser AP-Support hat mehr und mehr getankt. Nur unser AD-Carrie hat weniger abgekriegt. Hast du eigentlich Haupt-Tanky gebaut, Janice? Ja, das zählt als Tanky. Das zählt als Tanky. Was? Ich glaube, deine Mama will Platz haben. Ich glaube, ich habe gerade beschlossen, das machen wir nachher selber. Ja, aber ich würde das gerne jetzt vor Ort im Zimmer haben. Du bist anstrengend. Nee. Ich muss schlafen. Macht ja nichts. Hat ja gerne schlafen. Ja, aber äh... Du bist ja wohl nach hier drauf. Denz sie mir. Was? Zeige mir, du bist anstrengend. Fertig. Wenn ich Augen bei denen... Kann sein. Kann sein. Kann sein. Ja, du wolltest gerne. Mhm. Alles korrekt. Ich wollte bauen. Bei denen war nur der Wukong Level 18. Weil wir ja nur eine Tschüss-Tüte haben, die wir mit nach oben nehmen können und sagt Mama. Tschü! Du, aber sie haben nur Schlüssel. Felix hat mir eindeutig zu viele Pentakills. Ne, nicht jetzt... Wir haben ja noch ein bisschen vor.